Ja, kommt bald Weihnachten, ihr guten Leid. Im denkende Wald ist weiß verschneit. Ja, wenn er es worden sagt, ist das nicht schie? Muss ich was auch nicht. Mich kotzt an, in der Zeit vor Weihnachten auf Arbeit zu gehen. Pfeife auf Plan Silvester, sogar ist so lang. Ich hab sechs Wochen noch gut. Ich zieh ein Prank. Arbeit in der Advente, das ist mir eine Qual. Ich schradle mir immer in Holz, ein bisschen in auffälliger Schal. Ich bin ein bisschen tappisch, ich stelle mich ein bisschen dumm. Ich weiß, ich verkochte Eiern, die Weißkitteln, dort rum im Ambulatorium. Ach, Doktor, Frau Doktor, ich bin fertig. Ich lieg immer platt. Ich bin wie eine Bucht, ich bin so richtig malatt. Kein bisschen Forsche, kein bisschen Schwung. Mir ist es so dämpfig, so krämpfig, auf der Brust, auf der Lunge. Und das Wasserlösen, ach, das Wasserlösen, das Wasserlösen, ach, gute Frau. Das rasselt und brasselt nach so drüber weg. Über meine 93 Nierenstahl. Und da, dazu, was soll ich besagen? Das Rumoren in den Thänen und der Krampf im Magen. Und alle Tage hab ich drei bis viermal den Schluck. Und hier oben im Großhirn hab ich auch so einen komischen Druck. Und gucken Sie mich nochmal an, ich hab gar keine Farbe mehr. Ich war immer blasser. Und trink ich zwei Bier, wär zu halb mein Wasser. Und als ich drei Schaschli krummort mir den Gall. Und schluck ich fünf Uhr an, macht das Herz gleich Krawall. Und klack ich bloß bissl an Lunikoff. Da werd mir so nischl so dämlich, so doof. Und das Sausen, das Brausen danach in den Uhren. Schuss war mein Gebiss, aber ich hab nicht mein Reisen verloren. Und wenn ich ein wenig schwitze, ich bin immer gleich Glitschennass. Und hier runter am Kreiz, da am Nervenstrang. Das ist der Kollege Ischias. Und das Neonlicht im Betrieb, das blendt so gemein. Ach, Frau Doktor, sei sie so lieb. Mir fällt nicht, mir fällt gar nicht, mir fällt bloß ein Krankenschein. Was soll ich euch sagen, so hat mir nichts genitzt. Schmusszfeier drungen, sch wurd abgeblitzt. Zuerst guckt mir das Weibs ein bisschen in die Augen. Ich dacht schon, das wäre ein gutes Zagen. Dann kam das Kommando rauf auf den Woch. Und dann, und dann, was kam dann noch? Dann fing sie an zu proponieren, zu resonieren, zu schikanieren. Das sind Altersbeschwerden. Andere haben das auch. Das wird besser werden, wenn hier ihr Bauch sich nicht mehr so rundet, weil es so gut ihnen mundet. Das sind speziell in ihren Falle ungezählte Bockbierflaschen. Das heißt nicht mehr länger an Tortekuchen und Sahnenaschen. Das sind die kleinen Liköre, die Aparten. Das sind die großen Malheure, die Konjaks, die Harten. Das ist Wurst, das ist Fleisch, das ist Saftschinken, das sind Ölsardinen, womöglich aus der GSR gepaschte. Und nicht, dass der Patient etwa gar haschte. Aber das Rauchen, das Rauchen, das Nikotin, das schadet ihnen, das schadet ihnen. Und du dabei zeigt sie immer auf mich. Schätze können vergiften, die eure Zisch. Ich dachte, Doktorn, bist noch Blutgung, kennst mein Madel sei, hast auch studiert ein bisschen mit Durchmaigalt. Aber krank schreiben kannst du mich nicht. Du fällt bei dir Eidewald. Das ist der Dank. Nicht einmal krank. Ach, hätte ich Ski jeden Tag bis zum Elfen gebennt. Nun kann ich schüften und wielen und das im Advent. Wisst ihr, was er noch sagt? Bewegung tut gut, mein Lieber, mein Bester. Und ich die Wut, die Nut. Nun kann ich Silvester und Heilig Ohm sogar rausarbeiten. Das hab ich gern. Das kann ich leiten. Wisst ihr, was er mir verschrieben hat? Ein bisschen buchen der. Und ab für die, sonst wird er nicht. Macht's gut, Leitle, gell? Ich muss der Schicht.